Die Zwillinge Herr, gib dem Verstorbenen die ewige Ruhe. Sie haben es besser bei uns. Sie können die Kranke haben, aber nur die Kranke. Martin! Anna, Martin! Ja, das ist gut. Schreib dein Svestetchen mal einen Brief. Sollen wir ihn abschicken? Sie muss ihre Schwester Anna vergessen. Zwillinge zu trennen ist ein Verbrechen. Ich habe ihr so viele Briefe geschrieben. Anna, wo bist du? Anna, schreib zurück. Und sie hat nie geantwortet? Weiß sie überhaupt, wo ich wohne? Die, Anna, die, Anna, die, Anna! Als ihre Ehegattin anzunehmen? Warum hast du sie nie besucht? Leute! Ist das der Wein oder werden das immer Mehrdienstmädchen? Anna, du musst hier weg. Sie lautet jetzt! Geh weiter! Los! Steh auf! Es sind Untermenschen. Wir sind Herrenmenschen. Sie ist Antisemit. Ich will nie mehr etwas mit Deutschland zu tun haben. David! Was ist denn in Buchenwald? Ich glaube, dass David nicht mehr zurückkommt. Raus hier! Nazi! Du bist nicht mehr meine Schwester. Die Zwillinge. Dir zu verzeihen, wäre Verrat an David. Ich habe David nicht ermordet! Aber hör doch auf, Anna! Es wird nie wieder gut zwischen uns! Die Zwillinge. Er ist nicht mehr professiert. Sie ist immer wieder unterwegs. Sie11. Vielen Dank.